Let's fucking go! Runter da! Ich hab ne goldene Skala, Leute! Was ist das für ein Start? Es sind zwei Stück. Einer passt down. Okay, nice. Ich weiß nicht, wo sein Waiter ist. Ja, der läuft auch da hinten beim Truck. Auch down! Uh! Hier ist das Fußballfeld, wo man Fußball spielt. Ja, Mann! Wie cool, Leute! Nenn die Waffe! Das ist ne Waffe! Oh mein Gott, warum liegen hier keine Waffen rum? Uh! Und? Und ihr seid zwei Leute auf dem Dach? 13 killt schon. Ja, moin. So, ich warte. Ich will in die Minen rein. Wir laufen da rein. Ja, ja. Was ist denn los, Leute? Hier ist wieder der Benni und der Habner von Die Badeszocken zu einem neuen Fortnite-Video. Und jetzt ist es endlich da, das neue Fortnite-Update. Ich drücke auf die Mini-Map und ihr seht, die Map öffnet sich. Und, oh mein Gott, hat sich da viel getan. Wir gehen direkt, Leute, zur neuen Stadt. Guckst du dir mal an, ey. Ich gehe natürlich hier hin. Ich stehe ein paar Leute! Jawoll! Ich stehe ein paar Leute! Jawoll! Was machen wir hier? Ich gehe Richtung Kirche, würde ich behaupten. Ich glaube, dass da gar nicht so viel hingehen. Du hast Kirche? Du meinst der Urturm? Ja, genau. Da ist ne Kiste drin. Da ist ne Kiste drin. Kann ich mich da rein sneaken, Leute? Das wäre geil. Home aufs Dach am besten. Oh mein Gott. Okay. Ich hole mir die Kiste. Ich habe 10 HP. Ich habe ne Goldene Skala, Leute! Was ist das für ein Start? Okay, ich habe den. Ich habe auch keinen. Nice. Ich hiel mich kurz mit dem Teil hier. Besser als nichts, Leute. Ihr wisst Bescheid. Mal gucken. Vielleicht können wir von hier oben direkt runter snapen. Ey, Mann. Was ist das für ne Map, Leute? Ey. Ich hab ne Goldene Pistole bekommen. Was? Er läuft bei uns. Okay. Ich sehe hier gerade keinen. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich mich da jetzt runter baue. Leute, wir werden sehen. Ich hoffe, dass unten noch irgendwo ne Fläche... Oh Gott. Danke, danke. Okay. Ich meine in die Kiste. Ah, okay. Puh, ich habe Angst, Leute. Ich fliege mich hier raus und gehe in das nächste Gebäude. Bei mir ist irgendwo einer. Da ist einer. Ich sehe einen Hard-Hit. Ähm. Okay. Auch oben die Zahlen sehen anders aus. Finde ich krass. Achtung. Ich habe noch einen. Okay. Hier bei 105 ist noch einer. Der baut sich da nach oben auf einem Berg. Ja. Okay. Oh Gott, hier sind so viele Leute. Ab ihn. Nice. Oh Gott, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nein. Nein. Nicht sterben, Bruder. Oh mein Gott. Ich habe ihm noch einen Hinblick gegeben. Hier sind so viele Achtung. Die kommen auch zu dir. Ich brauche erstmal liegen. Hier ist ein Schlürfdrang da außen und ein Schilddrang. Okay. Kannst du runterkommen zu mir? Warte. Ich komme schon zu dir. Ich komme hier über außen. Ey, das ist so kritisch, was ihr abgeht. Hier sind 1000 Gegner. Ich bin bei dir der Brust. Erhol dich das Zeug. Das sind zwei Stück. Einer fast down. Der nächste auch fast dann beide down. Okay, Leute. Holy shit. Ich habe denen auch gut Hits gegeben. Ich glaube, du hast die Zähne ziemlich gut abgestopft. Aber egal. So, hast du irgendwie Madkit oder irgendwas in die Richtung? Nein. Ich habe Mini Schilddrang. Warte, warte, mit dem Drang. Warte, 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 warte. Ich habe Mini Schilddrang. Leute, was geht ab? Über uns. Der kommt da. Nein, vor uns. Wir brauchen den. Ich habe ihn. Oh mein fucking Gott, Leute. Was geht hier ab? Das ist gar kein dir. Willst du das gerade? Ich habe eine Goldene. Oh. Huch an. Ich bin eigentlich weg hier. Ich habe so wenig Leben. Ich denke, wir brauchen Leben, Mann. Ist vielleicht zurücklaufen? Komm, wir brauchen hier irgendwo hinten noch was. Ja, bei Shiftisch schafft es vielleicht. Aber da sind auch tausend Leute gelandet. Hier sind Bandagen. Ich hole mir die. Ja, nice. Komm, lass hier bleiben. Wir packen das. Ey, Mann. Es sind auch schon so viele gestorben, Mann. Dann hielt ich mal. Was eine geile Map, Leute. Ich sehe hier noch einen. 15,30. Ich muss sagen, die Zahlen da oben packen mich ein bisschen ab. Die sehen jetzt ein bisschen beschissen aus. Ja, ein bisschen verzerrt, muss man sagen. Ja, Mann. So, ich habe eine Bandage für dich noch. Ja, moin. Hättest du mir ruhig mehr übrig lassen können. Ja, ich klär das jetzt hier. Warte, lass mal. Wollen wir nicht vielleicht hier mal loopen gehen? Ja, lass gemeinsam rumlaufen. Oh mein Gott. Hier ist echt schon alles geöffnet. Wie viele Leute waren denn hier, Mann? Verdammt viele, wir haben sieben Kills. Ja, 38 leben noch. Läuft auf jeden Fall. Alle direkt killen. Warte, wir können hier hoch. Wir haben einen guten Überblick. Also wie gesagt, hier 15,30 war der. Ja. Der könnte halt überall hin sein, ganz ehrlich. Da unten auf der Straße. Warten, Headshot. Down. Komm. Der geht auch down. Der ist auch down. Nice. Perfekt, Mann. Holy shit, wie geil, Leute. Lasst schon mal einen Like da. Oh mein Gott, wir haben jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet. Hast du eine Sniper? Jetzt kommt. Ich habe eine gerade aufgehoben. Okay. Läuft, läuft, läuft. Warte, ich nehme die Mini-Schild. Ich gebe dir ein Mini-Schild dran, wieder. Hatten die Bandages dabei? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier liegen welche. Können die die? Ja, 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 ja. In der Chess, danke. Warte, wo ist die Zone? Oh, die ist sogar hier irgendwo. Ja, Mann. Weiß gar nicht. Nehmen die Kanaten mit. Fängt perfekt an. Wir haben jetzt schon neun Kills in der ersten Stadt, Mann. Wir müssen unbedingt jetzt dann so schief die Schaffs, oder? Ja, Mann. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben uns die Stadt hier ein bisschen angeguckt. Wir laufen jetzt direkt dahin, oder? Ja. Okay. Hier wäre noch eine Kiste. Dieses Haus wäre gar nicht gelootet. Das ist so ein fettes Gebäude, Mann. Ja, warte. Das looten wir noch. Ja. Hier ist eine Kiste. Hier ist noch eine Sniper. Was gibt es hier für geilen Loot und so viele neue Objekte und so weiter, Leute? Wie? Nice. Du hast die Kiste hier. Okay. Warte. Hier, dahinter. Guck mal. Ey, wie geil sind die Gebäude eigentlich aufgebaut. Geile Sache. Oder wollen wir als erstes hier noch das hier kurz jetzt angucken? Welches? Was ich markiert habe? Rot? Ja, ja, ja. Lass hinlaufen. Und da vorne sind noch Gegner. Achtung, Westen. Ey, die Map ist komplett anders. Wie das Gras anders aussieht. Die ganzen Bäume, der Baum, total neu, Mann. Wie viel Holz gibt der? Ich weiß, ich lasse es nicht abbauen. Da war wirklich direkt hier der Gegner. Da hinten! Zwei Stück. Okay. Bau nicht vergessen, Mann. Ich bin gerade kompelt überfordert. Ich bin auch so überfordert. Wollen wir hier links rum? Komm, links rum. Komm, links rum. Ich bleib hier. Du pusht links rum. Okay, wir bleiben bis hin. Wir bleiben bis hin. Wir bleiben bis hin. Die laufen weg. Einer ist zur Down. Ich bin nice. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Ja, da läuft auch da hinten beim Truck. Auch Down. Huuu. Das hat ein Headshot, das Grounds Casino, Leute. Geile Sache, Mann. Wie viele Kills haben wir? Wir haben elf Kills. Elf Kills. Läuft. Also das wird gleich eine High-Kill-Runde, Leute. Auf der neuen Map, Mann. Holy fucking shit. Geh mir ein bisschen was. Ich lasse dir auch was übrig. Danke, danke. Lass mal gucken jetzt bei der Stadt. Ich finde es so faszinierend, wie gut das Gras aussieht. Da hinten, Bau deiner. Komm, lass sie hoch. Ja. Oh mein Gott, hier kommt man gar nicht richtig hoch. Warte, wir müssen so bauen. Wo ist das? Komplett neue Dächer. Ähm, hier vor uns hat er direkt gebaut. Er wird mitten durchlaufen. Hier ist das Fußballfeld, wo man Fußball spielt. Ja, Mann. Wie cool, Leute. Wollen wir runter? Komm, wir sind zu zweit. Vielleicht ist das Solo. Da drin zwei Stück. Okay. Einer ist genockt. Er ist raus, er ist raus. Ah, okay. Danke. Ich seh ihn hier. Ist wieder rein. Ich pushe von der anderen Seite. Nice. Puh, holy shit, Leute. Was eine Runde. Okay, dann haben wir das Fußballfeld auch gesehen. Ich guck noch mal ganz kurz rein. Ich will mir das angucken von innen. Geiles Sachen. What the fuck? Ey, ich bin absolut überwältigt, Leute. Ihr könnt mal reinschreiben, was hier von dem Update so... Ey, lass schnell machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen so schiften. Ja, ja, ja. Eine Minute dreißig. Fuck. Jumped haben wir auch keins. Aber ich muss sagen, bis jetzt. Hammergeile erste Runde. Könnte nicht besser laufen. 13 kippt schon. Ja, moin. Wir müssen jetzt echt einen Usain Bolt Sprint einlegen. Ey, die Zahlen... Ey, guck mal rechts bei den Baumaterialien. Das ist ja übertrieben fett geschrieben. Ja, Mann. Und Leute, wir werden euch da die nächsten Tage noch ein bisschen auf dem Laufen halten. Also, wenn ihr alle diese Informationen sehen wollt, lasst einen Like da. Es wurde nämlich so viel gepatcht. Es gab so viele neue Sachen. Die haben so viele Sachen überarbeitet. Und, ja. Sagen wir mal gucken, was der Baum jetzt so an Holz gibt. Ja, 60 Stück fast. Läuft. Nice. Meiner hat gerade nur 20 gegeben. Ich sehe da vorne einen Gegner. Kann ich den snipen? Er snipt auch. Oh, er hat fast kassiert beim Baum hinter dem Truck. Ich glaube, er versteckt sich hinten im Baum. Ich weiß nicht so richtig. Ey, links ist er. Okay. Warte, da ist noch einer. Hat Hit. Ich komm mit. Ah, ich sehe ihn ja. Lass den Baum kaputt schießen. Er ist down. Wo ist sein Mate? Links. Äh, da oben bei 120 circa. Oh, warte. Er ist tot. Lol. Okay, zum Beispiel im Killfit seht ihr jetzt, wenn ein Sniper jemanden down schießt, äh, wird die Killanzeige, also wie weit der Schuss entfernt war. Ich hab den getroffen. Was ist Rick? Ja, vor mir ist auch einer. Okay. Nice. Er ist down. Ja, der da runterläuft, der ist Rick. Ein Shot. One Shot. Direkt vor mir ist einer. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, eine Granate. Achtung, da kommt einer close. Ja, ich weiß. Er hat eine Kampfgang. Achtung. Er hat ein hunderte Schild auch noch. Jetzt, er slow, er slow, er rennt weg. Wo ist er hingelaufen? Rechts da, irgendwo. Nein! Wie? Der eine Schuss, Mann. Fuck. Okay, Leute, wir gönnen uns gleich noch in der Runde. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Nächste Runde, wir sind direkt wieder reingejoint und wir haben einen Plan. Wir gehen als erstes zu Chunk Junction. Hier seht ihr direkt auch ein neues Gebäude. Das sieht ein bisschen nach einem verlassenen und zerstörten Schloss aus. Oh mein Gott, wie viele Leute gehen denn hier hin? Und wir laufen dann die Route runter Richtung Haunted Hills, Snobby Shores und Shifty Shafts. Shifts, wie auch immer. Ja, und... Ich land hier oben. Nenn die Waffe. Es ist ne Waffe. Oh mein Gott, warum liegen hier keine Waffen rum? Ich hab Granaten. Da ist ja direkt noch keiner, Mann. Hier sind so viele, Mann. Hallo. Oh Gott, Digga. Ich will irgendwie zu dir. Ich hab nämlich keine fucking Waffe. Ich hab den einen grad so gekillt. Hier ist einer da umgegangen. Okay. Ich hab immer noch keine Waffe. Kannst du zu mir runterkommen? Ist genockt. Komm rein. Uh. Let's go. Du musst deine Mini-Schilder. Sturmgewehr Moni kannst du nehmen. Warte. Hier. Das gebe ich dir. Scope. Ja, die wurde ja auch verbessert. Unter anderem, Leute. Also wie gesagt, es gibt so viele krasse neue Sachen hier. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir clean. Chunk-chunk-chunk-chunk-chunk-chunk. Oder chunk-chunk-chunk. Hier ist noch die Piste. Und Leute. Es ist gar nicht so schlecht, dass wir eigentlich gestorben sind. Weil jetzt können wir alles herzeigen. Ja, Mann. Das habe ich gar nicht gedacht. Warte. So, ich kann dir jetzt eine Bürster hergeben. Perfekt. Oh Gott, ich wurde von irgendwo abgeballert. Keine Ahnung von wo. Ich hab Mini-Schilder noch. Wenn du willst. Ich muss sagen, hier sind relativ wenig Waffen. Mhm. Also lohnt sich nicht hier gerade am Anfang jetzt. Aber ich bin mal gespannt, was bekommt man hier an Eisen. So. 14 Stück. Okay. Von dem. Was bekomme ich von dem Teil hier? Ja, nicht so viel. Wollen wir hoch zu dem Lama? Ja. Oh mein Gott. Ja, das ist der, der schießt mit Pistolen. Und der hat einen Herder kassiert. Oh, hier ist bei mir, glaube ich, auch noch ein Gegner. Okay, ich hab noch einen ausgenockt. Oh, da hat ein geiles Zeug. Und da hat ein Met noch unten. Und auch da. Perfekt. Oh, wie sich der versteckt hat, Leute. Okay, easy Double Kill. Keine Ahnung, wo er hin ist. Hier ist er. Er hat nur eine Pistole ist tot. Eine Fugi-Bomb war dabei. Und wieder Mini-Schild drin. Die haben alle heute am Start. Ey. Ich möchte wissen, was da drinnen ist. Ich guck' gerade rein. Oh, ich hab einen Sniper-Schuss gehört. Leute, da ist echt Loot drinnen. Was echt? Nice. Ja, aber das ist schon alles gelootet heute. Okay. Der Sniper-Schuss war im Osten direkt hier. Osten hätte ich auch gehört, ja. Wollen wir aber Richtung Haunted Hills gehen? Vielleicht sehen wir da den einen oder anderen noch. Ja, warte, lass ganz kurz gucken, ob wir den sehen. Ich hab ja auch einen Sniper. Und? Sind sie noch da? Da ganz hinten läuft einer. Ich glaub' ganz vorne. Okay. Er baut. Ich schieß' mal. Boah, Scope. Ja, nicht nachgeladen. Dahinter im Baum ist einer. Jump, ey. Der fliegt weg, okay. Ja. Fliegt in deine Richtlinie sogar. Ich glaub' der sich ja selber nicht. Da hinten ist er. Komm, kurz Connected. Habt noch einen Hit. Cool in dir. Surprise! Oh, ja. Er ist down. Oh, nice. So, ich brauche auch den Sniper. Du mit der Muni. Nice. Äh, warte, hier. Ich gönne dir ein Minischildtränke. Ja. Der Mate war auch noch da. Der ist close, er ist close, er ist close, der Mate ist da. Down. Er ist down. Nice one. Okay. Läuft doch, Leute. Nice. So, da sind wir vorhin auch drüber geflogen, Leute. Und ja, okay. Unser Plan mit Haunted Hills wird, glaub' ich, ein bisschen knapp wie... Was? Hint uns! Was machst du da noch? Ihr habt einen Hit. Es sind zu zweit. Oh Gott. Okay, ich pusche auch mal ein bisschen hoch. Ey, diese Burstwaffe, äh, meine Ding hat mich getroffen. Der ist One-Hit. Okay, die sind zu zweit hier. Einer down. Wo ist ein Mate? Auch down. Nice. Okay. Ja, ich hole dich direkt hoch hier. Ich glaub, ich hab den Medikit einfach gesehen. Ja? Wäre nice. Ja, hier liegt ein Medikit, gönnt ihr? Nice. Und dann... Ich laufe schon mal los. Ja. Am besten du holst so drin noch ein paar weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht da? Ja, wir sind tot. Ich glaub auch, dass wir tot sind. Okay. Na, dann haben wir das zumindest gesehen, Leute. Dann können wir euch jetzt dann noch Haunted Hills, Snobby Shores und Shifty Schafts zeigen. Ist auch nicht schlecht. Ich glaub, es bringt gar nichts weiter zu laufen, oder? Ich mein, ich könnte... Ich glaub auch nicht. Wir gehen die nächste Runde. Let's go. Okay, weiter geht's direkt mit Haunted Hills und da habe ich auch eine kleine Hintergrund Story und zwar ist das tatsächlich ein Ort von einem User. Wurde auf Reddit vorgeschlagen von jemandem, dass es so eine Stadt gibt, die halt genau so aussehen soll. Uh! Und? Hier sind zwei Leute auf dem Dach. Kurze Info. Ja, einer ist gedowned. Okay. Hinter dir ist noch einer. Hat nur eine Spitzhacke. Baut sich grad irgendwo runter. Da bauen sich zwei runter. Ich geb mir hier die Kiste und hol mir eine Waffe. Hoffentlich. Es sind down die zwei Stück. Perfekt. Sind noch welche hier gelandet, oder? Ja, da waren noch mehrere. Einer ist direkt neben uns in dem Haus, in dem Kleinen hier. Warte, ich höre Steps hier hinter dem Haus. Okay. Hier bei mir. Ich warte hier kurz mal ab. Hier, ja. Ich hoffe, dass der Typ rauskommt. Du holst ja den. Oh mein Gott, wie er nur am wegrennen ist. WTF? Okay, hab den. Nice one. Okay, es waren zwei Leute sind noch hier mindestens, denk ich mal. Ja, okay. Hab einen. Und dann kill den. Nice. Ich glaub, das waren alle. Auf jeden Fall, Leute. Wurde die Map dann erstellt auf Fan Request. Weil der hatte eine Concept Art gemacht, dass die so eine Stadt machen sollen hier. Zwischen, ähm, Pleasant Park und Creasy Grove, hat er glaube ich gesagt. Und dann haben die die halt hier hin gemacht. Er hat sogar den Namen vorgeschlagen gehabt. Mit Haunted Hilt, soweit ich weiß. Und das haben die einfach gemacht, weil die die Idee so gut fanden. Deswegen richtig krass von denen. Na man. Finde ich auch cool. So. Ich hab mir halt echt gedacht, hier ist noch einer gelandet. Aber anscheinend doch nicht. Ist gut. So. Ja, Leute. Wir werden jetzt dann auch direkt weiter laufen, damit wir echt uns mal das Ganze angucken können hier. Ja, ich würd sagen, wir sehen uns so ein bisschen ob ich schon aus, oder? Da vorne ist einer nach in dem Haus. Zwei Stück. Äh, 165. Ich brauche ein bisschen Holz. Ja, der kommt in unsere Richtung. Achtung. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Einer hat schon Headshot. Einer down. Oh, ich muss nachladen. Nice. Beide down. Let's go. So, der hat seinen Granatwerfer. Was hier immer abgeht. Und ja, genau was wir auch noch nicht gesagt haben. Die ganzen Granatwerfer-Sachen und alles sind wieder alle zurück zum alten. Es gibt auch keine Bäume mehr in der Mitte der Map. Du kannst den Granatwerfer nehmen, wenn du Bock hast hast du. Perfekt. Und ja, das ist alles jetzt weg. Also keine leuchtende Büsche mehr, nix mehr in die Richtung. Und natürlich auch der Granatwerfer ist wieder der Alte. Das heißt, kein Schneeball werfen mehr, nix in die Richtung. Was ich auf jeden Fall cool finde ist, wenn man sich die Map anguckt. Der ganze Westen ist jetzt wirklich so ein bisschen dunkler vom Gras geworden. Ein bisschen hügeliger. Dann oben sieht man auf jeden Fall, dass das so ein helles Gras ist. In der Mitte dann so ein normales, standard grünes Gras. Und unten bei Mosty Meyers so ein bisschen so ein Sumpfgras halt. Finde ich cool, wie die das gemacht haben. Ja, und wir haben auch ein paar coole Sachen, wie Benni schon gesagt hat, für die nächsten Tage geplant. Das heißt, ja, das wird auf jeden Fall geil. Genau. Oh, da sehen wir schon was abgebaut. Übrigens Leute, Snobby Shores sind so die reichen Leute im Grunde, weil Snobbs meistens so reiche Leute sind. Und haben die das halt einfach mal Snobby Shores genannt. Also die ganzen Reichen hier an der Küste im Grunde. Man sieht es glaube ich auch, die haben eine fette Steinmaum, ihr Wohngebiet. Und eine Kamera hier. Geile Sache, hier liegt noch Stuff. Eine Pistole, okay. Hier lag auch noch eine schöne... Ja, die nehme ich mir. Okay, ich habe halt ein bisschen Vermutung, dass die Gegner, die hier waren, jetzt relativ gut ausgestattet sind. Und die so ganz easy peasy das ganze Zeug hier liegen lassen. Warte, neben uns! Ja, hier in der Garage. Da ist der Stone. War nur einer. Hatte noch eine Scar natürliche. Ich glaube, der hat einfach ihr als letztes überlebt, Mann. Ja, ich glaube auch. Warte, ich nehme mir die Shotguns. Ja. Scar habe ich mir gegönnt. So, Leute. Und dann laufen wir direkt weiter zum nächsten neuen Ort. Ich hoffe, jetzt ist wirklich alles clear. Ich finde es echt geil, wie die das alle designt haben. Hier oben die Haunted Hills. Auch mit seinem eigenen Thema. Und jetzt hier Snobby Shores. Auch ganz eigen designt. Also die Farben sind einfach generell ganz anders geworden. Yes. Finde ich krass. Man muss echt sagen, das haben die richtig gut gemacht. Und das einfach... Weißt du ja, Leute. Am Anfang wohl spekuliert. Eine neue Stadt und sowas. Und da kommt sowas, ey. Fettes Update ever, Leute. Ja, wollen wir mal Richtung Schiff. Ich schaff's jetzt laufen. Vor uns, vor uns, vor uns, Gegner. Wo? Ja. Ich habe uns auch gesehen. Hallo, Triff. Ja, aufzubauen, Mann. Einer hat noch einen Hit. Okay, einer ist genockt. Da hat schon ein paar Hits. Da ist noch einer, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ist down. Beide down. Perfekt, Leute. Was geht ab? Minipack nimmst du mit. Ich loot den anderen. Yes. Holy shit. Und dann sind wir eigentlich auch schon direkt dort bei unserem Ziel. Oh Gott, da ist echt noch einer. Holy shit. Schaffst du den? Oh Gott, ja, Mann. Der hatte so ein fettes Schild. Holy shit. Ich habe ihn gut mit Shotgun und so weiter gedrückt. Das war echt wichtig, Leute. Okay, ja, sieht nice aus. Ich würde sagen, rein in die Schiff. Du schaffst es, Mann. Ja, Mann. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt alles hier aussieht, Leute. Oh, okay. Holy shit. Die neuen Bäume sind so riesig einfach. Ja, Mann. Wenn man sich das anguckt. So, ich warte. Ich will in die Minen rein. Wir laufen da rein. Ich habe Angst, dass da vielleicht jemand kämpft. Hier ist so ein Wagen. Okay. Hattest du Shotgun gewechselt? Ja. Okay. Den kann man nicht mal abbauen. Okay. Ja. Hier, hier geht es weit nach rein. Holy shit. Ja, hier ist der Ausgang. Ich komme in deine Richtung. Okay, so Vitaminen sind es gar nicht. Ich glaube, weiter runter geht es auch nicht. Ja. Aber trotzdem cool gemacht. Nette Idee. So ein bisschen was reingemacht in den Boden. Blut liegt ja auch gar nicht rum. Oh, ja. Ja, ein paar Leute sind hier gestorben. Ja, Mann. So, ich laufe hier mal nach oben. Okay. Das ist so krass einfach. Das finde ich auch cool, wie die das alles hier umgesetzt haben. Passt gut rein in das Thema. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie werden wir noch kommen, oder? Ja. Würde ich auch behaupten. Ich meine, wir haben jetzt schon 10 Kills. Ja, Mann. So, der Geiz. Jetzt, wo wir alles gezeigt haben bis jetzt, da können wir auch mal eine Runde gewinnen. Hier ist ein Gegner neben mir. Zwei Gegner. Jetzt braue ich einen. Ich kann mir nicht einbauen, das sind zu viele. Ja, geh auf den Finish. Ich komme ruhig runter. Achtung. Zwei gegen einen wird krass. Schade. Unmöglich, Mann. Unmöglich. Okay, Leute. Ich würde sagen, aber es war so geil. Wir hoffen, euch hat das alles gefallen, dass wir euch alles sehr gezeigt haben. Lasst einen Like. Wie gesagt, die nächsten Videos werden so krass. So viele neue Sachen. Und ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.